In diesem Film lernen Sie, wie Sie beliebige Zellbereiche mit maximal vier Schritten summieren. Zur Berechnung von Summen gibt es im Register Start ein eigenes Symbol. Dieses hier. Die folgende Technik ist nicht die einzig mögliche, aber die einzige, die immer und überall funktioniert. Sie besteht im Idealfall aus drei, ansonsten aus vier Schritten. Erstens. Klicken Sie in die Zelle, in der das Ergebnis erscheinen soll. Zweitens. Klicken Sie auf das Summen-Symbol. Excel sucht jetzt in der Nachbarschaft nach Zellen, die für eine Summenbildung in Frage kommen könnten. Wird es fündig, markiert es die Zellen mit einem sogenannten Laufrahmen. Hat Excel richtig geraten, entfällt Schritt Nummer drei. Weiter geht's mit viertens der Enter-Taste oder einem Klick auf dieses Häkchen. So, die erste Spaltensumme ist berechnet. Weil Sie mittlerweile wissen, dass Sie Formeln kopieren können, nehmen Sie das Auto-Ausfüllkästchen ins Visier und kopieren die Formel Spalte für Spalte nach rechts. Analog berechnen Sie die Zeilensummen. Erstens. Ergebniszelle anklicken. Zweitens. Summen-Symbol anklicken. Schritt drei entfällt, weil Excel wieder richtig geraten hat. Viertens. Enter-Taste drücken oder Häkchen anklicken. Dann kopieren Sie die Formel zeilenweise nach unten. Das war der Idealfall, weil Excel jeweils erraten hat, was Sie summieren wollten. Das ist nicht immer so. Manchmal will Excel einen anderen Bereich summieren als Sie und gelegentlich zuckt es einfach nur hilflos mit den Schultern. Was dann? Dann brauchen Sie Schritt Nummer drei. In diesem Beispiel wurden hier die Umsätze und Gewinne für die einzelnen Artikel berechnet. Die Gesamtsumme aller Umsätze und Gewinne möchten Sie jetzt in diesen beiden grün formatierten Zellen ermitteln. Der Trick besteht darin, dass Sie gar nicht erst zu überlegen beginnen, sondern mechanisch und willenlos die vier Schritte der Summenbildung gehen. 1. Ergebniszelle anklicken, 2. Summensymbol anklicken. Aha, Excel-Tipp daneben. Also, 3. Bereich markieren, der summiert werden soll, 4. Enter-Taste drücken oder Häkchen anklicken. Zum Schluss noch ein Fall, bei dem Excel zunächst nur hilflos mit den Schultern zuckt. In der grün formatierten Zelle möchten Sie die Gesamtsumme aller Werte ermitteln. Los geht's! 1. Ergebniszelle anklicken. 2. Summensymbol anklicken. Excel ist ratlos, egal. 3. Bereich markieren. 4. Enter-Taste drücken oder Häkchen anklicken. 4. Änderungsstelle anklicken. 4. Änderungsstelle anklicken. 5. Änderungsstelle anklicken. 5. Änderungsstelle anklicken. 5. Änderungsstelle anklicken. 5. Änderungsstelle anklicken.